So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich füge Schaden von oben zu. Wie macht ihr das am besten? Ich habe mir einfach hier den Platz jetzt mal ausgesucht. So, dann guckt ihr nämlich, wo sind hier Gegner? Und wenn ihr die nämlich zum Beispiel von hier oben jetzt trefft... Ach, die Betonung liegt auf Treffen. Hallo! Neun Waffen, gell? Guck mal, ich bin gebückt. Ich dachte immer noch nicht. Dieses Blumen ist so eine Katastrophe. Oh, keine Messe mehr. LOL! So kann es natürlich gehen, aber es reicht schon ganz simpel. Eine einzige Rampe und schon habt ihr Schaden von oben gemacht. Also im normalen Baukreis werdet ihr das eigentlich easy schaffen. Aber ich muss sagen, die neue Waffe, also vom Blumen her, echt eine Katastrophe. Guck mal, gucken, ob ich es jetzt hinkriege. Guck mal, ich bin doch drauf. Diese Waffe ist echt groß. Sie ist einfach grauenhaft. So, ich denke mal, ihr wisst, was ihr machen müsst. Einfach oberhalb vom Berg sein, Schießgegner unterhalb ab. Dann ganz simpel in natürlichen Truppenkeile. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Aufgabe. Und haute rein! Tschüss! Tschüss!